Simona, 57 Jahre alt, mag Sticken und den Wettkampf. Philipp, 44 Jahre alt, mag Heavy Metal und die Natur. Yannick, 16 Jahre alt, mag Modellbau und trifft sich gern mit seinen Freunden. Andrea, 35 Jahre alt, liebt die Disziplin und tobt sich gern aus. Was haben sie gemeinsam? Golf, ein Sport für alle. Golf, ein Sport für alle.